Herzlich Willkommen bei SwagTab. Einige von euch haben mich gefragt, ob sie denn besser zum neuen iPad Air oder zum ebenfalls brandneuen iPad Mini mit Retina Display greifen sollten. Genau diese Frage wollen wir in diesem ausführlichen Vergleich aufgreifen. Viel Spaß beim Zuschauen, los geht's! Was ist das iPad Air? Mit Retina Display 331 bzw. 341 Gramm wiegt. Dadurch, dass das iPad Air deutlich leichter als der Vorgänger und das Mini Retina sogar etwas schwerer als sein Vorgänger ist, hat das Air in Sachen Portabilität deutlich aufgeholt. Trotzdem lässt sich das iPad Mini aber natürlich immer noch leichter und schneller mitnehmen. Wir finden beim iPad Air ein 9,7 Zoll großes IPS Display, das mit 2048 x 1536 Pixeln bei 264 Pixel per Inch auflöst, ansonsten eine 1,2 Megapixel Frontkamera. Beim iPad Mini mit Retina Display haben wir ein 7,9 Zoll großes IPS Display, aber auch mit der Auflösung von 2048 x 1536 Pixel, das ergibt dann natürlich eine höhere Pixeldichte von 326 Pixel per Inch. Auch hier haben wir eine 1,2 Megapixel Frontkamera. Ansonsten finden wir bei beiden iPads auf der Vorderseite lediglich eine physische Taste, nämlich den typischen Homebutton. Dieser kommt aber anders als beim iPhone 5S ohne Touch ID. Auch seitlich betrachtet haben beide Tablets exakt dasselbe Layout, die linke Seite ist nämlich absolut blank gehalten. Auf der Unterseite finden wir bei beiden in der Mitte den proprietären Lightning-Anschluss sowie links und rechts die beiden Stereo-Lautsprecher. Auf der rechten Seite dann bei beiden zum einen den Einschub für eine Nano-SIM-Karte, wenn ihr euch denn für die Cellular-Version entschieden habt. Ansonsten die Tasten für lauter und leise sowie den Mute-Button. Die Tasten bestehen ebenfalls aus Aluminium und sind sehr, sehr gut verarbeitet. Das hat mir bei beiden Geräten relativ gut gefallen. Auf der Oberseite dann bei beiden natürlich noch der Power-Button sowie der 3,5 mm Klinkenanschluss sowie ein erstes Mikrofon. Wenn wir die Rückseiten beider Tablets betrachten, fällt auch sofort das absolut identische Design auf. Wir haben bei beiden das Aluminium Unibody mit Aussparungen für einen besseren Empfang, zumindest bei der Cellular-Version. Außerdem finden wir bei beiden auf der Rückseite eine 5 Megapixel Hauptkamera. Der Akku ist auch in beiden Fällen fest verbaut. Ihr habt hier jeweils die Wahl zwischen 16, 32, 64 oder 128 GB an internem Speicher. Den kann man aber Apple typisch natürlich nicht erweitern. Während die beiden Tablets hochfahren, wollen wir natürlich wie immer die restlichen Daten durchgehen. Als Betriebssystem haben wir hier bei beiden natürlich iOS 7. Als SoC auch bei beiden den Apple A7 Dual-Core-Prozessor auf 64-Bit-Basis. Hier mit 1,4 GHz-Herkern und beim iPad Mini mit Retina-Display haben wir 1,3 GHz-Herkern. Mit dabei auch der M7 Motion-Core-Prozessor für weniger aufwendige Dinge. Ansonsten haben wir hier bei beiden Geräten auch noch 1 GB Arbeitsspeicher sowie LTE natürlich, wenn ihr euch für die Cellular-Version entscheidet. Da der Lockscreen, der Homescreen und so weiter bei beiden Geräten natürlich 1 zu 1 identisch ist, wollen wir jetzt gleich im Browser weitermachen. Das ist bei beiden natürlich der Safari-Browser. Seiten werden wirklich sehr, sehr schnell geladen und ich denke, ihr seht auch Apple-typisch, ist die Performance im Browser hier wirklich hervorragend. Das funktioniert hier alles sehr, sehr schnell, sehr, sehr flüssig, egal ob ich scrolle oder hier eine solche Pinch-to-Zoom-Geste anwende. Das macht einfach nur wirklich Spaß. Auch in Sachen Schärfe nehmen sich die beiden nicht wirklich viel, nicht mal hier im direkten Vergleich. Klar, prinzipiell hat das iPad Mini Retina natürlich die höhere Pixeldichte. Dafür haben wir hier eben das größere Display. Da muss man nicht ganz so viel zoomen immer und man hält das iPad Air natürlich auch etwas weiter von den Augen entfernt. Insofern relativiert sich das meiner Meinung nach wieder ganz gut. Was will ich damit sagen? Beide sind wirklich gestochen scharf. Was hier allerdings, denke ich, ganz gut rüberkommt, ist auch, dass der Weißwert zumindest bei meinem iPad Air merkbar besser als beim iPad Mini mit Retina-Display ist. Hier wirkt das Weiß im direkten Vergleich etwas gelblich, etwas zu warm, während wir hier eigentlich einen perfekten Weißwert haben. Das habe ich ja bei meinem Review zum iPad Air schon gesagt. Der sucht wirklich seinesgleichen. Nun wollen wir die Displays beider Geräte natürlich auch noch etwas genauer miteinander vergleichen. Und was hier im direkten Vergleich auffällt, das iPad Air hat bessere Kontrastwerte. Die Farben sind intensiver und realistischer als beim iPad Mini mit Retina-Display. In Sachen Farbechtheit und Farbkorrektheit ist das iPad Air einfach nochmal etwas besser. Das fällt jetzt natürlich direkt, also im direkten Vergleich, sehr deutlich auf. Aber ja, wenn man das iPad Air nicht unbedingt gewohnt ist, dann ist auch das Display des iPad Mini mit Retina hervorragend. Muss man einfach so sagen. Ja, der Schwarzwert ist beim iPad Air ebenfalls etwas besser. Der Beißwert auch, das hatten wir ja eben schon. Auch in Sachen Helligkeit ist das wieder ein Punkt für das iPad Air. Das Display wirkt im direkten Vergleich und im Außenseinsatz einfach etwas heller. In Sachen Blickwinkelstabilität sind beide wirklich sehr, sehr gut. Auch hier gibt es aber einen leichten Vorteil für das iPad Air, wobei das hier schon nicht mehr so deutlich wird. Auch beim Music Player haben wir natürlich wieder das absolut identische Interface. Hier sieht man aber meiner Meinung nach auch ganz gut den Unterschied, also dass der Weißwert beim iPad Air etwas besser ist. Die Musikqualität ist bei beiden Geräten auf einem ähnlich hohen Niveau. Das kennt man so bei Apple-Geräten. Wenn ihr ein anständiges Headset habt, dann ist die Musikqualität wirklich sehr, sehr gut. Kommen wir damit direkt zu den Lautsprechern. Und auch hier muss ich sagen, der Klang ist bei beiden eigentlich absolut identisch. Bei beiden ist der Lautsprecher oder sind die Lautsprecher sehr laut und sehr klar. Leider haben sie auch bei beiden iPads dieselbe ungünstige Position, nämlich wenn man das Gerät dann mal im Landscape-Mode benutzt, dann verschwindet der Stereoklang ganz, ganz schnell und man hält auch gerne mal einen der beiden Lautsprecher und verdeckt den eben. Das ist dann natürlich etwas schade. Weiter geht es mit der Kamera und auch hier haben wir bei beiden natürlich das absolut identische Interface. Insofern müssen wir das Ganze nur einmal durchgehen. Wir haben hier unseren großzügigen Auslöse-Button. Insgesamt drei verschiedene Modi, nämlich ganz oben Video. Wir haben einen Fotomodus und wir haben einen Quadratmodus. Wir klicken einmal hier drauf, um ein Foto zu machen. Es gibt auch den HDR-Modus natürlich. Und hier rechts oben können wir dann zur Frontkamera switchen. Diese aktivieren bzw. auch wieder zur Hauptkamera umswitchen. Außerdem gibt es hier natürlich rechts unten wieder ein Thumbnail zu den zuletzt gemachten Aufnahmen. Da gelangt ihr dann direkt hin. Die Bildqualität ist bei beiden auch absolut identisch und man muss sagen, für ein Tablet ist die wirklich hervorragend. Bei guten Lichtbedingungen werden die Aufnahmen sehr scharf, sehr detailreich und auch relativ farbgetreu. Im Low-Light-Bereich sind beide eigentlich kaum zu gebrauchen, aber das ist eh bei allen aktuellen Tablets dasselbe. Das kann man nicht wirklich kritisieren. Nun kommen wir zum Thema Akkulaufzeit und auch die ist bei beiden wirklich ziemlich gut. Ich muss ehrlich sein, ich habe mit beiden Geräten absolut identische Laufzeiten erreicht. Bei alltäglicher Nutzung, also zum Surfen, zum Videos schauen, zum Spielen, zum Musik hören über die Lautsprecher etc. pp. habe ich etwa zwei Tage erreicht. Das ist für mich persönlich ein recht ordentlicher Wert. Da kann ich mich überhaupt nicht beklagen. Und damit wären wir jetzt auch schon wieder beim abschließenden Fazit und wir beginnen mit den Punkten, die für das iPad Air sprechen. Wir haben hier natürlich das größere Display. Das macht gerade beim Surfen oder beim Spielen von Spielen durchaus Sinn, weil man immer einfach mehr Fläche zur Verfügung hat. Wir haben hier außerdem das hellere, farbechtere und blickwinkelstabilere Display. Meiner Meinung nach mit der größte Pluspunkt für das iPad Air im Vergleich zum iPad Mini Retina. Außerdem haben wir eben einfach ein besseres Spiele- und Surferlebnis, eben weil wir hier dieses größere Display haben. Genauso gibt es aber auch einige Punkte, die für das iPad Mini mit Retina Display sprechen. So zum Beispiel die Tatsache, dass es nach wie vor portabler ist. Klar, das iPad Air hat diesbezüglich echt aufgeholt, aber das iPad Mini Retina ist immer noch kleiner. Es ist immer noch leichter. Man kann es leichter einfach mal in die Tasche packen. Ich denke, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Außerdem haben wir hier natürlich auch einen leichten Preisvorteil. Soll heißen, wenn wir die UVP von Apple betrachten, ist das iPad Air immer noch etwas teurer als das iPad Mini mit Retina Display. Wobei auch dieser Preisvorteil ja mit dem Generationswechsel auch wieder kleiner wurde. Also so groß ist der gar nicht mehr. Für welches von beiden ihr euch am Ende entscheidet, ist aber wie so oft natürlich wieder eine Geschmacksache. Prinzipiell macht man mit beiden Geräten absolut nichts falsch, da sie Stand heute zu den besten Tablets auf dem Markt gehören. Ich persönlich habe mich aufgrund des verringerten Gewichts und des besseren und größeren Displays dieses Jahr für das iPad Air entschieden. Habe es jetzt schon seit einigen Wochen im Gebrauch. Bereue das Ganze eigentlich nicht wirklich. Wer jetzt aber sagt, mir ist die Portabilität wichtiger, der kann auch bedenkenlos zum iPad Mini mit Retina Display greifen. Ja Leute, das war es auch schon wieder von diesem ausführlichen Vergleich zwischen dem iPad Air und dem iPad Mini mit Retina Display. Solltet ihr euch nun für eines der beiden detaillierter interessieren, kann ich euch nur meine ausführlichen Reviews ans Herz legen. Ein Link wird jetzt gerade eingeblendet. Einfach einmal draufklicken und schon geht es los. In diesem Sinne hoffe ich, wie immer das Video hat euch gefallen. Bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschau, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.